Noch nie wandt sie sich so genüsslich wie heute. Mariah Carey streichelt lasziv das Mikrofon und wackelt vielversprechend mit ihrem Popo. Die Fans erliegen ihren Diebenscharm, doch privat ist sie ganz anders, verriet sie uns vor einiger Zeit. Ich komme mir überhaupt nicht wie eine Berühmtheit vor, bin ganz bodenständig geblieben. Wie jeder normale Mensch habe ich auch manchmal keine Lust zu arbeiten und bin einfach nur müde. Von Müdigkeit ist bei Mariah zur Zeit zum Glück keine Spur. Gestern begeisterte sie 16.000 Fans in Köln und die waren überzeugt, Lust hat Mariah momentan auch jede Menge. Sonst könnte sich der Superstar wohl kaum so überzeugend sexy im Silbermini schlängeln.